Ihre bekannteste Aufgabe ist der Rettungsdienst. Unter diesem Begriff werden Notfallseinsätze sowie der Krankentransport auch im Sprachgebrauch als Sanitätseinsatz bezeichnet zusammengefasst. Es handelt sich um das Rote Kreuz. Am 14. März 1880 wurde die österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz durch den Zusammenschluss von lokalen Hilfsvereinen gegründet und ist heute die größte Hilfsorganisation des Landes. Im größten Rettungsbezirk der Steiermark, nämlich Bruckmütz Zuschlag, gibt es jetzt einen Wechsel an der Spitze dieses Rettungsdienstes. Gerhard Gmeinbauer übergibt nach 15 Jahren als Kommandant die Aufgaben an seinen bisherigen Stellvertreter Heiko Schweiger. Der Bezirksstellenleiter Siegfried Schrittwieser würdigte bei einem Pressegespräch die Leistungen des scheinenden Kommandanten. Siegfried Schrittwieser, Bezirksstellenleiter für Bruckmütz Zuschlag, was gibt es für dich bei diesem Wechsel zu sagen? Es ist so, die ganze Welt ist voller Veränderungen, auch immer wieder das Rote Kreuz. Vor 13 Monaten haben wir die Geschäftsführung ersetzt, weil da bei Geschäftsführung gegangen ist mit der Frau Jungbauer, das funktioniert super. Und heute gibt es zu sagen, dass man den Herrn Gmeinbauer, der über 15 Jahre Bezirksrettungskommandant war, den besten Nachruf geben muss, weil er wirklich seine Aufgabe so mit Herz gemacht hat. Man hat gesehen, dass er das Rote Kreuz im Herzen trägt und dass er mit allen Engagementen das macht, Tag und Nacht. Der war immer da, als Kommandant, das was ja notwendig ist. Und das zeichnet ihn aus und da ist ihm heute herzlichst zu danken für sein Engagement, für seine Liebe zum Roten Kreuz und ich hoffe, er behält sie. Für den scheidenden Bezirksrettungskommandanten begann seine Laufbahn mit der Schneekatastrophe in Mariazell und endete mit der Covid-Pandemie 2021. Sehr arbeitsintensiv war für ihn auch die Zusammenlegung der vier Rotkreuz-Bezirksstellen zu einer der größten der Steiermark. Herr Gerhard Gmeinbauer, 15 Jahre Bezirksrettungskommandant, Sie gehen mit heutigen Tag in Pension. Was waren besondere Ereignisse in Ihrem Leben? Besondere Ereignisse in meinem Leben, in meinem Rettungsleben, waren die äußerst schwierigen Einsätze, Katastropheneinsätze, Großereignisse, aber vor allem nicht nur die Einsätze, sondern auch die Kameradschaft innerhalb des Roten Kreuzes war für mich eine sehr große Erfahrung. Sie sind ja 34 Jahre beim Roten Kreuz. Ich glaube, wenn man dann in Pension geht, ist es nicht einfach oder leicht einfach sagen, so jetzt gehe ich in Pension. Das Roten Kreuz interessiert mich nicht mehr. Was denken Sie, wie wird es weitergehen für Sie und was haben Sie noch vor? Also auf jeden Fall wird das nicht stimmen, dass mich das Roten Kreuz nicht mehr interessiert. Ich werde sehr wohl als freiwilliger Mitarbeiter, dass ich ja vorher auch war, weiterarbeiten und werde den Bereich Lehrbeauftragter für erste Hilfe und auch unter Umständen Rettungssanitäter auf einen RTW wieder machen. Und wo wird Ihr Einsatzgebiet sein, Herr Gemeinbauer? Das Einsatzgebiet ist für mich dann St. Marein, die Ortstelle, im Kurswesen natürlich der ganze Bezirk und schauen wir mal, wie es was anderes noch sicher gibt. Heiko Schweiger, ab morgen 1. September neuer Bezirksrettungskommandant für den Bezirk Bruckwürtz-Zuschlag. Was sind Ihre Pläne und was ist Ihre Geschichte? Wie sind Sie zum Roten Kreuz gekommen? Ja, ich freue mich schon auf die herausfordernde Aufgabe und bin sehr dankbar in Gerhard, dass ich die letzten 14 Jahre des VM so gut lernen und Meistern habe können. Ja, meine Geschichte, ich bin 1995, Ende 95 in der Breitenau in die Jugendgruppe zum Roten Kreuz eingetreten mit ein paar Freunden von mir und meine Aufbahn ist von dort weg halt immer wieder bergauf gegangen. Ich bin 1998 dann Rettungssanitäter geworden, 2001 Zivildiener, ein typisches Roten Kreuzleben quasi. Hat sich dann noch mein Zivildienst ergeben, dass ich gleich hauptberuflich bleiben habe können, habe das natürlich dann genutzt und habe dann die Möglichkeit bekommen, etwaige Ausbildungen im Führungskräftesektor sowie im Einsatzsektor durchführen zu können. Und bin seit 2007 in GERHC-Stellvertreter gewesen und habe mit dem die ganzen Fusionierungen der Rettungsbezirke sowie jetzt die Coronakrise gemeinsam durchleben dürfen. Eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, speziell jetzt in der Pandemie. Was wird dann weitergehen, wenn die Pandemie endlich mal vorbei sein wird? Wie schaut dann das Leben als Bezirkskommandant für Sie weiter aus? Jetzt in der Corona-Pandemie sind natürlich für uns die Aufgabengebiete extrem gewachsen. Wir haben fast doppelt so viele hauptberufliche Mitarbeiter wie wir vorher gehabt haben aufgrund der ganzen Test- und Impfstraßen. Wenn dann das Ganze irgendwann einmal vorbei sein sollte, freue ich mich, dass wir mal normale Arbeiten durchführen dürfen. Vielleicht schaffen wir es einmal, dass wir ein ganzes Monat ohne großartige Katastrophen irgendwie durchkommen und unseren normalen operativen Rettungsdienst in guten und gewohnten, wie wir es bis jetzt auch gehabt haben, weiterhin aufrechterhalten können. Was ist Ihre spezielle Tätigkeit als Bezirkskommandant? Als Rettungskommandant ist man für alle operativen Aufgabengebiete zuständig. Man ist für die Dienstplanung der Hauptberuflichen zuständig, die Koordination der Dienste auf den zehn Ortstellen. Also alles, was irgendwie operativ betrifft, Ambulanzdienstorganisationen und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe natürlich. Wie schaut es aus mit dem Nachwuchs beim Roten Kreuz? Das passt ja dazu, wenn die anderen aufhören, brauchen wir Nachwuchs. Wir haben also hier in der Nachwuchsarbeit gute Erfolge. Wir haben aber noch Unterschiede zwischen den städtischen Ortstellen und den ländlichen Ortstellen, weil die Jugend braucht auch immer wieder eine gewisse Gruppe, wo sie Spaß haben, wo sie sich unterhalten, wo sie sich gegenseitig begeistern. Von daher ist es im städtischen Bereich etwas leichter, Jugend für das Roten Kreuz zu finden, als wir in den kleineren Ortstellen. Aber insgesamt muss man sagen, sind wir mit der Jugendarbeit derzeit sehr zufrieden. Aber mein Appell geht trotzdem an die Jugendlichen. Meldet euch, ihr könnt zu Jugendgruppen kennen, dort lernt man das Roten Kreuz kennen und dann wächst man dort hinein und die mit Begeisterung dabei. Also für all jene, die ein Herz zu helfen mit sich tragen, nicht nur an der Spitze, auch im operativen Bereich ist man im Bezirk jederzeit willkommen.